Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Kunst und Kreativität Es gibt viele Menschen, die diese Begabung haben und sehen daran auch die Berufung. Und sie möchten natürlich erfolgreich sein und möchten auch damit Geld verdienen. Es gibt ein Energiefeld des Kunstes im Augenblick und das ist das 14. September 2017 befindet sich diese Energiefeld in der Kreativzeichnung Jungfrau. Worauf sollen die Künstler achten? Es ist noch nicht perfekt, es soll noch etwas ruhen. Dann kommt noch Intuition oder Inspiration. Man sollte etwas noch verbessern. In zwei Tagen kann man schon handeln, aktiv zu sein. Und in vier Tagen das auch präsentieren. Und so ist man im richtigen Augenblick und auch die richtigen Ort ist auch sehr wichtig. Momentan eher die Zurückhaltung, die eigenen vier Wände, damit das Kunstwerk reifen kann, verschönern kann. Wenn jemand in diesem Bereich tätig ist und möchte die richtigen Augenblicke, die richtige Handlungsweise erkennen im Leben, aber auch die Hindernisse, dabei kann ich Ihnen helfen. Unten bei der Beschreibung befindet sich meine Kontaktdaten zu meinem Managementbüro. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.